Leserlampe Lalo Körnix Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich bin hier heute mit der lieben Sydney. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus den anderen Videos. Also eine von uns wird Kopfhörer in die Ohren bekommen mit lauter Musik und die andere sagt irgendein Wort und das Wort muss dann erraten werden. Sie sucht sich jetzt auch einen Song aus, den sie dann ganz laut anmacht. Konzertticket Kotzen Konzert Konzert Tickets Ohne S Konzertticket Ja? Ja Fahrrad Reifen Fahrrad Reifen Fahrrad Kette Reifen Fahrrad Reifen Fahrrad noch irgendwas Reifen Fahrrad Fahrrad Reifen Ja getting Fahrrad Marz Pizzas Massage hatte mal ein bisschen noch mal da Okay, noch mal. Ich habe keine Ahnung. 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 Okay, noch eine Runde. Neue Runde, neues Glück. Glasreiniger. Glasreiniger. Nasen. Glasreiniger. 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 Glas Reiniger Glas Reiniger Das erste war richtig? Glas Reiniger Rein... Rein... Reiniger Rein ja? Reiniger Glas Reiniger Glas Glas Reiniger Glas Reiniger Glas Reiniger Ne, mach nur mal langsam Glas Reiniger Glas Reiniger Glas Reiniger Kurbel Das war's ja nicht so, wenn du so machst Glas Reiniger Rrrr 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 Was ist das für ein Wort? Ich verstehe Glas und dann kommt irgendwas mit R und dann Einer. Ja! Rein, nie, nie. Ja, jetzt ist wieder Reiner. Rein, nie, Reini, Glas, Rein, nie. Rein? Glas, Rein, nie. Rein, nie, gern. No chance. Reiniger. Glasreiniger. Glasreiner. Musst du es jetzt sagen? Okay, Glasreiniger. Echt jetzt? Oh mein Gott. Glasreiner. Er hat es voll verschlucken. Rein, nie, gern. Egal, nicht schlimm. Nicht schlimm, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe ihr hattet auch viel Spaß beim Schauen. Genau. Schaut auch auf ihrem Channel vorbei. Da haben wir die erste Folge gedreht. Genau. Und da würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye. Bye. Ey, stopp. Noch nicht wegklicken. Klick jetzt auf mein letztes Video und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Tschüss. Yeah. See you on.